Peter Klein ist als Stiefvater von Daniela Katzenberger bekannt. Doch was kaum einer weiß, der noch Ehemann von Iris Klein hat aus einer früheren Beziehung leibliche Kinder. Seltenes Selfie Peter Klein zeigt seine Söhne. Peter Klein wurde als Stiefvater von Daniela Katzenberger berühmt. Der noch Ehemann von Iris Klein zog die Kultblondine, deren Bruder Tobias Katzenberger und Stiefschwester Jenny Frankhauser groß. Bis zur Trennung Anfang 2023 und dem anschließenden medienwirksamen Rosenkrieg bezeichneten Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser Peter Klein liebevoll Papa Peter. Was viele nicht wissen, Peter Klein, der ab dem 20. November 2023 bei Promi Big Brother zu sehen sein wird, hat leibliche Kinder aus einer früheren Beziehung. Peter Klein hat zwei inzwischen erwachsene Söhne, die Christopher Klein und Marcel Stegmann heißen. Die beiden Männer wollen nicht in der Öffentlichkeit stehen, was der Ex von Iris Klein auch akzeptiert. Dennoch gibt es seltene gemeinsame Fotos auf Social Media von ihnen. So veröffentlichte Peter Klein im Dezember 2018 ein Selfie mit seinen Söhnen. Dazu schrieb er, Peter Klein, meine Jungs mit ihrem alten Herrn, ich liebe euch. Peter Klein scheint sich mit seinen Söhnen Christopher Klein und Marcel Stegmann also super zu verstehen. Auch die Fans erfreuen sich an dem raren Anblick. Sie finden, dass die Männer Peter Klein wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Das sind Peter Kleins Söhne Christopher Marcel. Christopher Klein und Marcel Stegmann sind zwar auch auf Instagram unterwegs, ihre Profile sind jedoch privat. Spannend! Während Jenny Frankhauser den beiden folgt, gibt es von Daniela Katzenberger kein Follow. Ob das bedeutet, dass die Kultblondine im Gegensatz zu ihrer Halbschwester keinen Kontakt zu ihren Stiefbrüdern hat, ist jedoch nicht bekannt. Marcel Stegmann scheint seinem Profilfoto auf Instagram zufolge in einer Partnerschaft zu leben und bereits Vater zu sein. Über Christopher Klein ist hingegen nur bekannt, dass er ein Motorrad-Fan ist. Auf seinem eigenen TikTok-Account postet er hin und wieder Videos von seinem Hobby. Kontakt von Iris Klein verboten? Peter Klein soll auch zwei Töchter haben. Peter Klein hat jedoch nicht nur zwei Söhne. Aus der gleichen Partnerschaft sollen auch zwei Töchter hervorgegangen sein. Das hat Silke Katzenberger, die mit Iris Kleins Sohns Tobias verheiratet ist, Anfang 2023 verraten. Als damals während des Dschungelkämpfs Affären Gerüchte um Peter Klein und Yvonne Wölke die Runde machten, ergriff Silke Katzenberger das Wort, bezeichnete Iris Klein selbst als Ehebrecherin und enthüllte spannende Infos darüber, wie es damals zwischen Iris und Peter Klein gefunkt haben soll. Gegenüber Bild behauptet Silke Katzenberger, Iris war damals selbst eine Ehebrecherin. Peter lebte damals mit seiner Familie im gleichen Haus, eine Etage über den Katzenbergers. Zu der Zeit war Peter verheiratet, hatte mit der Frau insgesamt vier Kinder. Iris und Peter hatten eine Affäre, die letztendlich eine Beziehung wurde. Im Gegensatz zu seinen Söhnen soll Peter Klein zu seinen Töchtern jedoch keinen Kontakt haben, angeblich wegen ihres Klein, wie Silke Katzenberger weiter behauptet. Peter hat zwei Söhne und zwei Töchter, alle mit ein und derselben Frau. Zu seinen Söhnen hat er Kontakt, aber den Kontakt zu seinen Töchtern hat die Iris aus Eifersucht unterbunden. Wie viel Wahrheit in diesen Worten steckt, ist unklar. Peter Klein spricht weder über seine angeblichen Töchter, noch zeigt er sich mit ihnen in der Öffentlichkeit. Ob sich das jetzt nach der Trennung von Iris Klein ändern wird, bleibt abzuwarten. Untertitelung des ZDF, 2020